Nathalie hat es gesagt, viele, viele neue Spieler im Team beim FC Sion zu finden. Nicht alle haben den Weg gefunden, aber dieser Ball findet den Weg ins Tor. Das gibt es ja nicht. Ein unglaublicher Führungstreffer für den FC Lugano. Aus dem Nichts herausgefallen dieser Treff. Einmal einfach mal den Ball nach vorne geschlagen. Maisonial zeigt es noch an.